So Leute, da sind wir auch schon wieder bei der nächsten Mission und ihr seht schon, ich habe schon den Level 50 Skin. Ist echt nice der Skin. Aber darum soll es nicht gehen, sondern wir sind bei der Aufgabe Untersuche einer Anomalie, die nahe Catty Corner entdeckt wurde. Und ihr seht schon rechts daneben, den Skin bekommen wir dann, also vom Ben quasi die Ninja Variante. Und wo müssen wir hin? Ihr seht, Catty Corner und dazu müssen wir genau dahin, wo ich jetzt markiert habe. Jetzt hoffe ich nur mal, dass es mal lange in die Runde beginnt, weil gefühlt dauert das Ganze schon ein bisschen länger. So, wie gesagt, wir müssen genau dorthin. Wenn ich euch schon mit anderen Videos helfen konnte oder beziehungsweise mit den Aufgaben weiterhelfen konnte, könnt ihr mir ja gerne ein Like da lassen, weil hier die Aufgabe werdet ihr damit nämlich auch schaffen. Und natürlich auch gerne meinen Creator Code eintragen, yt-familyag. So, jetzt gehen wir aber endlich mal los. Gott, der ist ja ganz selten, dass wir wirklich mal anderthalb Minuten warten müssen, bis wir los dürfen. So, immer schön beim Busfahrer bedanken. Ihr seht, Aufträge habe ich immer noch einige zu tun. Aber ich werde hier zusammen mit euch im Livestream immer wieder machen. Also, wenn du da mal Bock hast, einfach mitzuspielen oder einfach nur zuzugucken, einfach mal reinschauen. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal los. Wir müssen nämlich nicht direkt in Catty Corner landen, sondern am guten alten Bunker. So, jetzt hoffe ich nur, dass ich hier nicht zu hoch bin und auch nicht zu tief. Vor allem, dass kein Gegner da ist. Weil eigentlich landet da keiner. Also, grundsätzlich trifft man da eigentlich nie auf den Gegner. Es sei denn, er macht jetzt auch die Aufgabe. Aber wir hoffen jetzt einfach mal, dass hier nichts passiert und dass wir einfach Glück haben. So, wie gesagt, wir müssen hier unten hin. Zack. Da, wo ja alle dachten, haben wir nämlich eben im Stream noch drüber geredet. Wo alle dachten, endlich geht hier der Bunker auf. Aber, tut der nicht. So, ihr seht schon. Na, die kennen wir doch schon. Wo führt die uns hin? Richtig, zu dem Tresor. So, hier sollen wir rein. Geht aber nicht. Was brauchen wir dafür? Genau. Das Boom. Dann einmal hinschmeißen. Also, leg dich da richtig hin. Und anzünden das Ganze. Und. Jetzt können wir in den Tresor. Hallo. Eigentlich sollte das funktionieren. Wir müssen noch... Ah, ich glaube, warte mal. Zack. Nochmal probieren. So, haben wir hier irgendwo nachher. Machen wir das Ganze nochmal. Muss ja jetzt aufgehen. Problem ist natürlich, ich will auch jetzt nicht sterben. Ich habe eben schon gesehen, wir können agieren. Warte mal, wenn ich das hier einfach wegbaue. Zack, 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 zack. Der ist nämlich immer noch nicht da rein. Ach, ist der Kram echt verbuggt. Der Luca hat nämlich eben noch gesagt, dass die Aufgabe ist zwischendurch mal verbuggt. Wir probieren es einfach nochmal. Ach, nö. Aber so sollte es dann eigentlich funktionieren. Aber wie ihr seht, bei mir funktioniert es gerade auch nicht. Ich gehe da jetzt einfach hin, probiere es einfach nochmal. Aber genau so sollen wir das Ganze halt machen. Probiert es einfach, dann geht nochmal aus der Runde raus. Probiert es einfach nochmal. Die Aufgabe ist halt leider anscheinend wirklich derzeit immer noch verbuggt. Mal gerade gucken, wenn ich von oben. Weil das Problem ist natürlich, jetzt habe ich keine TNT mehr, beziehungsweise kein Gas mehr. Aber von oben werde ich da wahrscheinlich auch nicht drankommen. Ne. Also, normalerweise steht jetzt hier interagieren. Tut es natürlich bei mir nicht. Ich denke mal, bei euch wird es dann eventuell funktionieren. Ansonsten schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ihr seht es schon. Wenn ich bei mir im Thumbmail drinstehen habe, Aufgabe geschafft. Dann habe ich es auch geschafft. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch viel Spaß beim Leveln. Und haut rein. Jetzt komme ich wieder nicht rüber. Ah, jetzt. Also, viel Spaß euch noch.